Anfang des Jahres waren wir drei Tage lang in Athen unterwegs, um uns ein eigenes Bild von der Lage vor Ort zu machen. Was denken die Menschen, die hier leben, über die aktuelle Situation? Was brennt ihnen auf der Seele? Und wie geht es ihnen wirklich? Wir sprachen mit dem Inhaber einer kleinen Reederei in Piraeus, mit Mike Lacerathos, der seit 30 Jahren einen Laden in Athen führt, mit Vera Dimopolis Vosikes, sie gründete vor 36 Jahren in Athen den deutsch-griechischen Selbsthilfeverein DZIK, einem Wissenschaftler des Geologischen Instituts in Athen, Dr. Panagiotis Zombos, mit Angela und Tasso, einem deutsch-griechischen Lehrerehepaar, Angela ist an einer privaten Tasso an einer öffentlichen Schule tätig, mit Dietmar Vandereit, unserem Begleiter vor Ort, seit 17 Jahren ist er in Griechenland zu Hause, mit Gabriel Zackelarides, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bündnis der radikalen Linken Südysa und mit Kostas Lukas, dem Chef von Microsoft, Zypern und Malta. Außerdem interviewten wir die Menschen auf der Straße am Arbeitsamt und wir befragten illegale Flüchtlinge in der Suppenküche einer katholischen Gemeinde. Wir wollen wissen, wie realistisch unsere deutschen Medien die Situation in Griechenland zeichnen. Nicht nur wir, zunehmend mehr Menschen betrachten die Berichterstattung der großen Medienanstalten kritisch. Tasso erklärt uns zur Begrüßung, dass er eigentlich nicht ein Wort mit der Presse sprechen würde, da die Medien seiner Meinung nach sowieso nicht die Wahrheit sagen. Auch das Vertrauen seiner Frau Angela auf die Glaubhaftigkeit von Nachrichten ist gesunken. Ehrlich gesagt, also diese Krise hat mir auch gezeigt, inwiefern man den Medien eigentlich überhaupt noch glauben kann. Normalerweise hört man die Nachrichten und sagt, gut, okay, einigermaßen richtig. Oder man liest irgendwas im Internet oder in der Zeitung. Aber wenn du wirklich dich zu einem Thema informieren willst, musst du so viele Zeitungen lesen, so viele verschiedene und so viele verschiedene Meinungen hören, um dir eine eigene zu bilden. Und das ist eigentlich im Grunde schon fast unmöglich geworden. Diese Boulevardzeitungen sind dafür da, um Leute, die nicht so viel Zeit haben, sich mit den Materien zu befassen, so eine Gehirnwäsche zu machen und die zu führen, wohin die selber wollen. Bei unserer Ankunft erinnern wir uns an die Fernsehbilder von der stark aufgeheizten Stimmung in Athen. Zunächst fahren wir nach Piraeus. Immerhin noch bis zur Länge von 12 Metern sind die schicken Yachten in den Häfen von der erst kürzlich eingeführten Luxussteuer befreit. Der häufig bestreikte Fährhafen ist menschenleer. Wir entdecken auch die Touristenboote von Variety Yording. Der Leiter der kleinen Reederei, Antonis Deliatos, empfängt uns in seinem Büro. Im letzten Jahr liefen die Geschäfte schwach. Die Tourismusbranche als einer der Hauptwirtschaftszweige des Landes ist stark eingebrochen. Vor allem die Deutschen sind ferngeblieben, berichtet er. Er sieht unter anderem die einseitige Berichterstattung als Grund hierfür. Seit drei, vier Jahren gibt es das Bild von Griechenland, dass es ein unsicheres und verarmtes Land geworden ist. Und deshalb bleiben die Touristen fern. Das ist aber nicht wahr. Das ist nicht die Realität Griechenlands. Es gibt zwar Ausschreitungen jetzt, da Griechenland in einer großen Krise steckt. Es werden auch Flaggen anderer Länder verbrannt. Aber es geht ja nur gegen die politischen Führer der anderen Länder. Es geht ja nicht gegen das Volk. Die Wahrheit ist, wir lieben die Deutschen und möchten die Deutschen auch wieder als Touristen und als Freunde in Griechenland begrüßen. Die Wut richtet sich nicht gegen Deutschland, sondern gegen die Situation, in der sich die Griechen befinden und dagegen von den anderen in diesem Stadium abgeschrieben zu werden. Ich meine, da ist natürlich von den Medien auf beiden Seiten, sowohl von den griechischen Medien als auch von den deutschen Medien, unendlich viel Böses angerichtet worden. Einfach Übertreibungen und so. Man sucht immer gern Sündenbock. Und die Krise hier, nach meinen Vorstellungen oder so, ist zu 80 Prozent hausgemacht. Und dann hat sich da die internationale Finanz- und Bankenkrise draufgesetzt. Und das jetzt zuzugeben, ist natürlich hart. Und der Sündenbock ist dann also, sind die Deutschen, ist Frau Merkel. Hinzu kommt noch überhaupt zur Situation, dass man stark unterscheiden muss zwischen dem Land und den Inseln und Athen. In Athen ist es eine sehr aufgeheizte Stimmung. Aber auch eben nicht jetzt in diesem Sinn, dass man als Deutscher gleich verhauen wird oder sonst was gemacht wird. Das werden Sie hier auch feststellen. Ja, ich denke, es ist für beide Seiten schwierig, die Politik von der persönlichen Seite zu trennen. Ich weiß, ich persönlich habe manchmal sogar auch von Kindern an der Schule, haben sie mich gefragt, warum wollen die Deutschen uns nicht helfen? Also solche Fragen, die kommen natürlich schon von kleinen Kindern. Sicher, jeder meint die Politiker, aber auch die persönliche, also die Bevölkerung bekommt es ab. Und das ist teilweise schon ganz schön bitter. Besonders halt auf die Dauer, wenn es halt so ein langer Prozess ist. Ich meine, das hat jetzt angefangen, wann war es? 2009. Jetzt haben wir 2013 und es ist noch kein Ende abzusehen. Es ist ja so, das Verhältnis der Griechen zu den Deutschen hat sich nicht verändert, entgegen aller Medien, die das sagen. Die Griechen haben nichts gegen die Deutschen an sich. Man hat auch nie was gegen die gehabt. Dass sie natürlich ab und zu mal sehr sauer sind über die deutsche Regierung und über die bestimmten Personen in der deutschen Regierung, kann man ihn nicht übel nehmen, denn die wirtschaftlich stärkste Macht und die Macht, die am meisten Druck ausübt, dass diese sogenannten Rettungsmaßnahmen für die griechische Wirtschaft durchgezogen werden, kommen aus Deutschland. Und alle haben mittlerweile gesehen in den letzten Jahren, dass diese Maßnahmen nur dazu führen, das griechische Volk zu verarmen und die Wirtschaft ist in keinster Weise gestärkt worden. Im Gegenteil, die Wirtschaft ist geschwächt worden. Und ehrlich gesagt, ich kann nicht verstehen, es gibt keinen Fortschritt in irgendeinem Bereich, zumindest nicht hier in Griechenland, warum das immer weitergemacht werden muss. Warum muss man auf diesem System beharren, wenn man sieht, das wird immer noch schlimmer. Das, ehrlich gesagt, kann ich nicht verstehen. Spürt ihr persönlich auch Einschnitte? Ja, natürlich, ganz stark sogar. Unser Gehalt, also sowohl seins als auch meins, ist ganz stark gekürzt worden. Also ich will jetzt nicht Nummer nennen, aber für das Geld würde in Deutschland kein Lehrer arbeiten. Na, auf der anderen Seite sind die Steuern wesentlich gestiegen. Die Preise allein schon für Grundnahrungsmittel steigen fast täglich. Dazu Heizungspreise, Spritpreise, für alles mögliche. Alles steigt, aber das Geld wird immer weniger. Und insofern muss man halt natürlich jeden Monat mehr sehen, wie man damit noch einigermaßen klarkommt. Es gibt also wirklich Fälle, in denen Kinder in der Schule umgekippt sind, weil sie nichts zu essen haben. Sie bekommen zu Hause kein Frühstück, denn die Eltern sind arbeitslos. In vielen Familien ist auch der Strom abgestellt. Es herrschen ganz schreckliche Zustände. Die Menschen können ihre Wohnungen nicht heizen. Sie leben ungesund. Die Wohnungen werden feucht. Sie werden krank. Die Kinder können nicht mehr anständig ernährt werden. Sie werden nur noch... Wovon werden sie ernährt? Von Nudeln und irgendwelchem Pampebrot. Das ist keine Nahrung für ein Kind. Und das wird immer häufiger der Fall sein, so wie die Selbstmordraten steigen, so wie die Armutsrate steigt, so wie die Zahl der Obdachlosen steigt und auch die Zahl der Rauschgiftsüchtigen steigt. Besonders jetzt im Winter sind die Heizölpreise mit über 1,30 Euro pro Liter eins der größten Probleme vor Ort. Viele Menschen können sich das nicht mehr leisten und heizen wieder mit Holz. Doch auch das Holz wird stets teurer. Manche verfeuern daher alles Brennbare, was zu finden ist. Ab dem späten Nachmittag ist dies auch für uns in der ganzen Stadt deutlich zu riechen. Besonders viel Ruß entsteht in den Wohngebieten wie hier. Tasso sagt, das ist der Smog der Armut. Und bei uns geht es noch einigermaßen, weil wir wenigstens noch Arbeit haben. Aber die Arbeitslosigkeit ist inzwischen so hoch, dass es wirklich für ganz viele Familien ein ganz, ganz großes Problem geworden ist. Und da fehlt natürlich dann auch die staatliche Unterstützung. Es gibt ja kein Arbeitslosengeld in dem Sinne. Es gibt es zwar schon, aber das ist so wenig und halt auch nur für ein Jahr. Damit kann eigentlich keiner mehr über die Runden kommen. Und dieses Problem, das wird also jeden Monat größer. Das Arbeitsamt im Stadtteil Kalitea. Wie üblich herrscht hier ab dem frühen Morgen bis zur Schließung großer Betrieb. Auch weil es dauert, bis die gezogenen Nummern aufgerufen werden. Denn auch hier sind viele Stellen gestrichen worden. Zwar befürworten viele Griechen den Abbau des riesigen Staatsapparats, jedoch bemängeln sie, dass an den falschen Stellen gespart wird. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt nimmt immer dramatischere Züge an und es ist kein Ende in Sicht. 60 Prozent aller Jugendlichen sind inzwischen arbeitslos. Eine junge Frau schildert uns ihre Situation. Es ist, ich sage es als einfache Person, sieben von zehn aus meinem Bekanntenkreis sind arbeitslos. Wann denken Sie, werden Sie wieder Arbeit finden? Es gibt keine Arbeit, gar nichts. Es bewegt sich nichts. Wie gesagt, ich bin seit vier Jahren arbeitslos. Und nicht nur das, ich hatte mich selbstständig gemacht. Dann gab es einen Unfall und jetzt muss ich mich auch noch mit dem Gericht rumschlagen. Also ich habe keine Hoffnung. Auch wenn die Regierung um Samaras sagt, ja, Aufschwung, wir schaffen das. Das ist alles Lüge. Es gibt neue Arbeit zu finden, auch jetzt und hier. Aber wenn sich keine Arbeit findet, dann ist mein Ziel das Ausland, um dort eine Arbeit zu bekommen. Wer denken Sie ist schuld an dieser Misere? Natürlich sind die Politiker in der Situation schuld, in der wir uns befinden. Aber auch wir als Griechen sind schuld, wo wir denen vertraut und geglaubt haben. Ich glaube, wir haben noch ein wenig Geduld, bis die gesamte griechische Kultur und das gesamte Volk ausverkauft sind. Dann gehen wir raus, so wie sie es in Argentinien gemacht haben, mit den Töpfen vor dem Regierungsgebäude, damit die verstehen, wo wir sind, in welchem Zustand wir uns befinden, im aussichtslosen Stadium, um genau zu sein. Wie überleben Sie seit vier Jahren? Ich habe ein Haus über ein Darlehen erworben, das ich jetzt nicht zurückzahle. Ich kann die Raten nicht zahlen. Ich habe zwei Kinder, die geben mir etwas. So lebe ich. Zu einfach ist das. Wenn ich einen Tagelöhnerjob kriegen kann, dann gehe ich. Was wäre Ihr Wunsch an die Politiker? Die Politiker, die das Sagen haben, die PASOK und die NIA-Demokratia, machen nichts für das Volk. Man hört nur Worte, Worte, Worte. Schauen wir uns jetzt mal den jungen Herrn Tsipras an, was der so macht. Dann wird das Volk sehen, ob er hält, was er versprochen hat. Wenn nicht, dann geht er wieder. Genauso wie diejenigen gehen werden, die jetzt an der Macht sind. Als nächstes besuchen wir die Fischmarkthalle im Herzen Athens. Es ist zwar viel los, aber die Menschen kaufen nur noch die billigste Ware. Der Rest bleibt liegen, erzählt uns ein alteingesessener Händler. Kein Wunder, ca. 50% des Einkommens gibt eine durchschnittliche Familie inzwischen für Nahrungsmittel aus. Wenn es so weitergeht, sagt er, kann er seinen Stand bald zumachen. Sein Umsatz ist im letzten Jahr nochmal um die Hälfte geschrumpft. Auch er hat kein Vertrauen mehr in die althergebrachten Parteien. Dass die Politiker sich in Zukunft ändern, ist schwer. Die werden sich nicht ändern. Wir haben von den beiden Parteien gelernt. Wir haben die Erfahrung gemacht. Wir sehen, was bis jetzt geschehen ist. Was auch immer die sagen, sind Lügen. Die haben das griechische Volk für dumm verkauft. Es gibt keine Rettung. Die Politiker bleiben, wie sie sind, fertig. Was sie wollen, geschieht. Aber hier, wegen der Krise, alles was sich nicht gut fühlte, meinte, dass sie einen Demagogen wie Herr Tsipras als Politiker betrachten könnte. Also mittlerweile kenne ich keine politische Partei, die irgendwie so aussieht, als würden die wirklich was machen. Was Gutes machen, eine Lösung bringen oder so. Die sehen doch den Wald vor lauter Bäumen nicht, die Typen. Das geht immer nur um mehr, mehr, mehr. Und das genau ist unser Problem wieder mal. Die Politiker versprechen irgendetwas. Man glaubt es. Man überlegt halt, wem glaube ich mehr, glaube ich mehr dem oder glaube ich mehr dem. Und wählt halt analog jeweils. Und ob es dann hinterher so kommt, wie es einem versprochen wurde oder nicht, das weiß man sowieso nicht. Das Land steckt wirtschaftlich und politisch in einer Sackkasse. Seit Jahrzehnten regieren immer die gleichen Familien das Land. Doch wieso hat sich die Bevölkerung nicht schon viel früher gegen die politischen Führer zur Wehr gesetzt? Hier in Griechenland war es sicher so, dass viele, oder nicht viele, dass jeder halt irgendwo sich so seinen kleinen Vorteil gesucht hat. Und das ging halt auch Jahrzehnte gut, bis halt jetzt vor kurzem das Kartenhaus zusammengebrochen ist. Jede Partei hat ihre Anhänger nach ihrem Wahlsieg in die verschiedenen Pöstchen gehoben. So, ich werde von denen gewählt und ich besorge ihm den Job, ich helfe ihm da, ich helfe ihm da. So hat jeder seinen Vorteil. Und das ging über Jahrzehnte so. Und das hat sich so eingenistet. Nicht nur im Bewusstsein der Politiker, auch im Bewusstsein der Bevölkerung. Das ist das eigentliche Wahlprinzip Griechenlands. Griechenland hat verschiedene Listen zugespielt bekommen, hat dafür nichts zu bezahlen brauchen. Kein Mensch kümmert sich. Man macht nur den einfachen Weg, der auch die Politiker am wenigsten kostet, weil keiner sagen kann, ja, du hast mir das genommen. Sondern man hat horizontal gekürzt, das bedeutet, ja, die einfachen Leute bezahlen im Grunde genommen jetzt die Zeche. Und die Steuerhinterziehung, da ist weiterhin kein politischer Wille zu erkennen, dass man dagegen angehen will. Und das ist das, was das Volk mit Recht bewütend macht und wo ich sagen kann, also im Grunde genommen ist es also eine Mentalität teilweise wie vor der französischen Revolution. Man möchte Hälse schneiden. Ich auch. Wenn der Mensch wirklich an eine Grenze gekommen ist in Bezug auf Armut, dann hört auch irgendwann die Logik auf. Und dann kann es wirklich sein, dass die Menschen wirklich auch extremer werden. Ja, dass man halt nicht mehr unbedingt weiß, was man tut. Und dadurch kommt es halt dann auch zu solchen extremen Parteien. Und das ist etwas, was auch auf ganz Europa dann wieder übergreifen kann. Die Selbstmordrote zum Beispiel in Griechenland ist extrem gestiegen in den letzten Jahren. Und was natürlich, das ist natürlich tragisch genug, das ist ganz klar. Aber es kann natürlich sein, dass dann jemand die Pistole nicht unbedingt auf sich selbst richtet, sondern vielleicht auf jemand anders. Wir in Deutschland haben sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht in der Weimarer Republik, als ebenfalls wir sehr große Sparpakete aufgelegt haben, hohe Arbeitslosigkeit entstanden ist. Es gab rechts- und linksextreme Entwicklungen und am Ende war es das Ende der Demokratie. Wie gefährlich ist die Lage für die Demokratie in Griechenland momentan? Meiner Meinung nach ist es gefährlich, weil die Mittelklasse wurde sehr stark geschädigt, und wie gesagt, kann man es nicht sagen. Und es gibt viele Leute, die sich an extreme Parteien wenden. Wider extrem rechts oder in Richtung linker Parteien. Also die Situation hier ähnelt teilweise schon an die Situation, wie sie in Deutschland war, wie wir es so aus Dokumentationen kennen, 1929 bis 1933. Also das sind, fangen an, noch keine Straßen schlachten, aber Umzüge zu sein und so, wo man wirklich, wo einem der Atem weg bleibt. Geschichte droht sich hier erneut zu wiederholen. Wut, Verzweiflung und Angst sind die Triebkräfte in Zeiten großer wirtschaftlicher Not. In Athen hat sich auf verschiedenen Seiten ein großes Gewaltpotenzial aufgebaut. Eine neue Terrorwelle seitens der Linken wird befürchtet, und es gibt auch immer häufiger Angriffe auf Ausländer von stets wachsenden rechtsradikalen Gruppierungen rund um die Partei Hesjavki, zu deutsch die Goldene Morgenröte. Und vor allem die Polizeigewalt, sowohl gegenüber den Linken als auch gegenüber vor allem illegalen Einwanderern, ist extrem besorgniserregend. Mit versteckter Kamera machen wir uns auf nach Exarchia. Der Stadtteil ist die Hochburg der Anarchos und überhaupt der linken Szene. Seit den Runterzeiten hat der Kampf dem Staat gegenüber in Griechenland nie wirklich aufgehört. Ziviler Ungehorsam, Streiks und Demonstrationen gehören hier seit dem Ende der Militärdiktatur zum täglichen Leben. Wir wurden gewarnt. Gerade jetzt sei dies ein gefährliches Pflaster. Die Polizei meide bei Dunkelheit die Platia Exarchia, den kleinen Platz des Viertels, auf dem sich die Jugend täglich trifft, sonst drohten Straßenschlachten. Denn dieser Tage hat die Polizei von Anarchisten besetzte Häuser geräumt, deren Besetzung jahrelang geduldet wurde. Wir sind den dritten Abend in Exarchia unterwegs, bisher vollkommen unbehelligt. So wie in den vergangenen Tagen unter der Woche, brennen auch heute mehrere Feuer auf dem Platz. Es sind so viele Jugendliche arbeitslos, dass kein Unterschied zwischen dem Wochenende und den Werktagen auszumachen ist. Auch heute scheint es recht friedlich, doch etwas mulmig ist uns schon. Wir haben das Gefühl, die Stimmung könnte auch jederzeit umkippen, falls es einen Anstoß hierzu gibt. Als ein junger Mann unsere Kamera entdeckt, fordert er uns unwirsch auf, das Filmen einzustellen. Für uns das Zeichen, den Rückzug anzutreten. Schließlich wollen wir niemanden provozieren. Wieder zurück in Deutschland werden wir von einer Reihe von Sprengstoffanschlägen und Schüssen auf das Büro vom konservativen Ministerpräsidenten Samaras erfahren, zu denen sich anarchistische Gruppen als Rache für die Räumungen bekennen. Die Nia Demokratia, der Samaras angehört, wirft der aktuell stärksten Oppositionspartei im Parlament, dem Bündnis der radikalen linken Syriza, vor, derartige und andere illegale Aktionen zu decken und zu unterstützen. Gabriel Sakellarides, wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Abgeordneten der Syriza, bestreitet dies. Er erklärt uns, dass es sich bei der Syriza keinesfalls um eine radikale Partei im wörtlichen Sinne handelt, wie es der Bündnisname eigentlich nahelegt. Vielmehr sei der Name zu übersetzen mit Denen, die mit den alten Wurzeln brechen. Steckt die Demokratie selbst in der Krise? Ja, sie steckt bestimmt in einer Krise. Und das ist auch logisch. Und ich würde jetzt gerne sagen, wie ich das sehe. Wenn eine Regierung versucht, entgegen dem Bevölkerungswillen, so ein hartes Sparprogramm durchzusetzen, ist es klar, dass sie versucht, eine politische Schockstrategie auszuüben, da sie weiß, dass es riesige gesellschaftliche Reaktionen geben wird. Gleichzeitig kürzt sie daher auch politische und soziale Rechte. Und das tut sie, indem sie jede soziale Bewegung sehr brutal niederdrückt. Die Gewalttätigkeit seitens der Polizei befindet sich auf einem ganz erschreckenden Niveau. Außerdem wird diese Polizeigewalt auch noch vom Innenministerium her unterstützt. Keiner denkt darüber nach, dass die Goldene Morgenröte die meisten Wählerstimmen in Athen von der Polizei erhielt. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es zwischen 60 und 70 Prozent. Das sagt doch alles. Im Zuge der Krise ist mit der Hesjavki erstmals wieder eine rechtsextreme Partei in das griechische Parlament eingezogen. Nach aktuellen Umfragen soll sie inzwischen den dritten Platz in der Wählergunst einnehmen. Wie groß ist die Gefahr, die von dieser Partei ausgeht, wirklich? Ja, ich denke, das ist eine ganz große Gefahr. Denn diese Partei, die hat wirklich jetzt in den letzten fünf Jahren enorm zugelegt. Aber das ist natürlich auch, weil sie hat sehr bewusst auch nach Leuten gesucht, von denen sie gewählt werden können. Einfach von frustrierten Leuten, die von den althergekommenen Parteien keinerlei Unterstützung mehr bekommen. Und an die sie sich gewandt haben, gut, okay, von den alten Parteien bekomme ich nichts mehr. Vielleicht sind die der letzte Retter, der mir noch irgendwo helfen kann. Und sie sind natürlich auch ganz bewusst in Gegenden gegangen, also diese Partei, wo halt sehr starke soziale Schwierigkeiten bestehen. Und haben halt auch ganz bewusst wirklich persönliche Hilfe geleistet. Da gibt es also wirklich teilweise eine Art Privatpolizei. Wenn du ein Problem hast, dann geh nicht zur Polizei, sondern geh zur griechischen Morgenröte und die helfen dir. Und das machen sie. Das wird natürlich ganz bewusst dann auch für politische Zwecke dann ausgenutzt. Und da weiß man natürlich nicht, wo das enden kann. Man hofft natürlich, dass die Menschen, die genug, ja, die halt gebildeter sind oder die ein bisschen weiterdenken können, dass es halt nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Wenn die Morgenröte, wenn die Anhänger der Morgenröte jemanden verprügeln oder mit Messern niederstechen, ja, dann kommt das mal für einen Tag in den Nachrichten, vielleicht auch noch am zweiten Tag, am dritten Tag ist es weg. Machen die Anarches irgendwas, dann ist das eine Woche lang in den Medien. Ein weiterer Punkt der Krise der Demokratie ist, dass die Regierung und auch die Medien während einer solchen Krise versuchen, die schwächsten Glieder der Gesellschaft als schuldige und als verantwortlich für die Situation darzustellen. Wie zum Beispiel die Migranten. Wie denken Sie, fühlen sich die ausländischen Einwanderer momentan hier in Athen? Sind die gefährdet? Äh, sie sind nicht gefährdet. Eigentlich, Athen war eigentlich, Griechenland war, ich meine, der Eingangsort für alle diese, die weiter nach Europa gehen wollen. Die müssen wir langsam aus dem Land bringen. Leben die momentan hier gefährlich? Es gibt, es gibt gewisse Teile, an denen sie gefährlich sind. Es gibt sehr viele Pakistaner und die eigentlich der griechischen Einwohner Angst machen. Wir machen uns auf, um im Außenbezirk der Stadt die Suppenküche einer katholischen Gemeinde, betreut von Mutter-Teresa-Schwestern, zu besuchen. Hier werden hauptsächlich illegale Flüchtlinge versorgt. Kaum außerhalb des Zentrums sehen wir einige Migranten, die in ihren Einkaufswagen Metallabfälle sammeln, um diese dann später an große Firmen zur Weiterverarbeitung zu liefern. Die Flüchtlinge hoffen, so ihre Pässe zurückzuerlangen und den Transport nach Griechenland abzugelten. Falls sie sich weigern zu arbeiten, wird von der Metallmafia mit Polizeirazzien gedroht. Bei der Suppenküche angekommen, bitten uns die Schwestern, trotz Vorabsprache nicht zu filmen. Sie haben Bedenken, dass die Flüchtlinge sich nicht trauten, zu widersprechen. Natürlich halten wir uns daran. Doch als wir am nächsten Tag wiederkommen, erklären sich zwei der Flüchtlinge bereit, mit uns zu sprechen und uns ihre Lage zu schildern. Zuerst erzählt Samuel. Es wird schlimmer, weil die Situation, während ich jetzt vor dir stehe, ist folgende. Ich habe keinen Platz zum Schlafen. Es gibt keine Unterkunft und was zu essen zu finden, ist sehr schwer. Das Einzige, was ich tun kann, um zu überleben, ist, hierher zu kommen, um etwas zu essen zu bekommen. Es gibt niemanden, der sich um uns kümmert. Was wünschst du dir für deine Zukunft? Ich kam hierher mit dem Wunsch nach einer besseren Zukunft. Ich glaube an Gott. Ich weiß, dass etwas Besseres passieren wird. Ich fühle mich in einem arabischen Land oder in der Türkei. Man fühlt sich in einem Diktaturland, nicht in einem demokratischen Land, nicht in einer UNO, in einer europäischen Mannschaft. Nein. Okay, Griechland ist okay. Griechland-Name ist Europa, aber realistisch, nein. Es gibt keine Menschenrechte-Virus hier in Asien. Absolut nichts. Gar nichts. Die Reserv-G als rechte Splitterpartei ist eigentlich keine Gefahr für die griechische Demokratie. Die Gefahr der griechischen Demokratie geht von den großen Parteien aus, die seit Jahrzehnten von immer den gleichen Politikerfamilien geführt werden und extrem verfilzt sind. Das ganze Geld, was da in dunklen Kanälen verschwunden ist, in den Taschen der Politikern, in den Taschen der Anhänger dieser Politiker, in den Taschen der Mitläufer. Und das wird immer so weitergehen, solange diese großen Parteien mit diesen Familien weiter an der Macht bleiben. Und das ist die Gefahr der Demokratie, denn mit diesen Parteien kann keine wirkliche Demokratie entstehen. Hier in der sogenannten Wiege der Demokratie scheint diese von verschiedenen Seiten bedroht. Maik Laceratus jedoch sieht das ganz anders. Wir haben jetzt genau Volldemokratie. Die Demokraten, die Demotes, Demotes heißt die Stadtbewohner. Demokratie der Stadtbewohner, die Kratie ist das, was ich halte, das heißt die Stadtbewohner Athens, das waren die Reichen damals, waren die Stadtbewohner, nicht die Sklaven und Arbeiter, so wie wir. Die reichen Stadtbewohner Athens waren auch die Kratores, das heißt Demokratie, das waren die Ruler, das waren die Herrscher. Und das sind sie heute auch wieder. Die Superreichen, die sagen an, wie es gespielt wird. Trotzdem die Bevölkerung extrem unter dem Spardiktat der EU leidet, wollte keiner unserer Gesprächspartner zurück zur Drachme. Uns wird gesagt, dieser Gedanke ist für die stolzen Griechen eine Beleidigung. Wir kommen auf die Einführung des Euro zu sprechen. Ich denke sicher, ob der Euro nun gut ist oder nicht, ehrlich gesagt, ich denke, dass das, was jetzt passiert, war von vornherein klar. Und ich denke auch, dass sie daraufhin spekuliert haben, weil wirklich einige daran sehr viel verdienen. Ich meine, es war logisch, dass das nicht geht. Wie kannst du so viele verschiedene Völker mit so verschiedenen wirtschaftlichen Ideen versuchen, unter einen Hut zu bringen? Das funktioniert nicht. Und ich glaube auch gar nicht, dass man ein besonders großer Wirtschaftsexperte sein muss, um das zu verstehen. Man wusste es doch in Europa, dass das alles nicht stimmt. Und ich meine, und man soll sich jetzt hier nicht so von den Europäern aufs Hohe raussetzen, denn sie haben alle da die Augen zugemacht oder sich damit goldene Nasen auch verdient. Eine Freundin von mir ist in Brüssel tätig und die sagte mir, dass teilweise dann also auch die zuständigen Kommissare, die wollen teilweise auch, dass sie mit einem guten Tätigkeitsbericht abschließen können, aber um Gottes Willen keinen Sand so dazwischen gestreut kriegen. Als man bei irgendeinem größeren Projekt darauf hinwies, dass das mit der Kontrolle der Gelder nicht so richtig klappte, sagt man ja, wir haben jetzt ja doch Kontrollkommissionen eingesetzt. Das waren die, die vorher auch für die Weiterleitung der Gelder verantwortlich waren. Aber das wollte man dann nicht mehr wissen. Irgendwie sieht das so aus, als wäre diese Krise nur dazu gemacht, um an ärmeren Völkern, die natürlich auch Scheiße gebaut haben, wie Griechenland, Italien, Portugal etc., etc., aber wir werden jetzt als Drittbretter benutzt, um generell die Löhne zu drücken. Viele Griechen fühlen sich als Versuchskaninchen, nicht der Europäischen Union, sondern der Kapitalgesellschaft. Wenn wir das in Griechenland durchsetzen können, dass wir ein komplettes Land privatisieren und die Angestellten einfach zu Arbeitssklaven machen, ohne dass die Bevölkerung wirklich ernsthaft auf die Barrikaden geht und sowas wie eine Revolution anzettelt, dann können wir das in jedem anderen Land durchführen. Es ist ja nicht so, dass die Menschen in Griechenland nicht auf die Straße gingen. Fraglich ist, ob sie hiermit etwas bewirken. Eine Demonstration oder wie auch immer ist ja dafür da, dass die Menschen ihre Meinung mitteilen und dass die hoffentlich auch gehört und berücksichtigt wird. Wird sie berücksichtigt? Ja, man hofft es natürlich immer und deswegen geht man halt wieder auf die Straße. Aber ehrlich gesagt, also in letzter Zeit habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist den Politiker völlig egal, ganz egal wie viele Tausende, zigtausende oder auch hunderttausende Menschen auf die Straße gehen. Sie machen so und so das, was sie wollen. Demonstrationen bringen im gewissen Sinne was. Selbst wenn sie politisch nichts bringen, selbst wenn die Politiker diese Demonstrationen ignorieren und trotzdem ihre Gesetze verabschieden, sie zeigt den Volkswillen. Wenn die Bevölkerung nicht die Möglichkeit hat oder nicht den Anspruch nimmt, sich zu äußern, seine Wut und seinen Zorn auszudrücken und sei es auch nur in einer friedlichen Demo, ja, selbst eine friedliche Demo ist der Ausdruck des Unwillens, des Zorns. Zufällig kommen wir an der durch die eigenen Mitarbeiter besetzten Postbank vorbei. Keiner der Streikenden möchte mit uns vor der Kamera sprechen. Zu groß ist die Angst dabei beobachtet zu werden und den Job zu verlieren, denn eine Kündigung kann grundlos ausgesprochen werden. In vielen Fällen ist die gesamte Großfamilie von der letzten Person, die noch Arbeit hat, abhängig. Dies ist der Grund, warum in Athen nicht noch viel mehr Menschen auf die Straßen gehen. Denn wer noch etwas zu verlieren hat, bleibt dem Demos fern. Nur zwei Abgeordnete der Syriza sind bereit, uns vor der Kamera zu erklären, was hier gerade vor sich geht. Wir sind Politiker des griechischen Parlaments von der radikalen Linken. Wir sind hier, um die Angestellten der Postsparbank in ihrem Kampf zu unterstützen, damit die Bank nicht verkauft wird. Denn das ist der neue Plan der Regierung. Die Bank soll verkauft werden, um wieder Geld in die Kasse zu kriegen. Damit sind die Arbeitsplätze und die Gehälter in Gefahr. Das ist das, was schon mit anderen Banken in Griechenland passiert ist. Die wurden verkauft an europäische Banken und die Angestellten wurden entlassen und die Gehälter gekürzt. Ich frage Angela, ob sie ängstlich oder hoffnungsvoll in die Zukunft blickt. Ich muss sagen, ich bin wütend. Er sagt zwar, er ist nicht wütend, ich bin furchtbar wütend. Das macht mich ganz wahnsinnig, diese Situation. Ganz einfach, weil sie furchtbar ungerecht ist. Ängstlich bin ich insofern in Bezug auf meine Kinder, weil ich halt auch nicht weiß, wo meine Kinder in den nächsten Jahren arbeiten werden. Oder ob sie überhaupt irgendwo arbeiten können. Die ganze Ausbildung, die... Ja, wir schicken sie dann. One more. Two more. Was würdest du dir wünschen, was die Politiker sowohl in Europa als auch in Griechenland im Speziellen ändern sollen? Oder welche Richtung sollte deiner Meinung nach eingeschlagen werden? Was wäre der richtige Weg? Eigentlich nur, indem man sich von diesem Bankensystem und den großen Finanzorganisationen lösen kann. Und wir müssen wieder mehr unsere menschliche Seite zum Vorschein bringen. Nicht nur die Gier nach Geld. Wir brauchen eine politische Vision von unserer Zukunft. Wie soll unsere Zukunft aussehen? Die aktuelle Vision der letzten Jahre ist es, nicht bankrott zu gehen. Menschen können nicht inspiriert werden von der Vision, nicht bankrott zu gehen. Es ist eine negative Sache. Du kannst nicht am Morgen aufwachen und sagen, ich will morgen nicht bankrott sein. Das hört sich eher wie eine Bedrohung an, als eine Vision, die Menschen haben sollten. Schauen wir einfach mal nach draußen. Es ist Januar. Wir sind in Athen, die Sonne scheint. Wer hat denn außer uns einen Vorteil davon? Niemand. Wir könnten uns jetzt auch raussetzen und einen Kaffee trinken. Was ich meine ist, die Energieressourcen sind definitiv eine der größten Wetten für das kommende Jahrhundert. Ich schaue mir das als Attila, aber auch von der ökonomischen Seite an. Das Bedürfnis an Energie steigt jedes Jahr. Es ist also ein ziemlich sicheres Investment. Wenn wir nun also eine große Wette abschließen wollen, sollten wir in diese Richtung gehen. Wir in Europa sind mit die größten Energieverbraucher weltweit. Also sollten wir auch zu den größten Produzenten gehören. Warum sind wir es nicht? Wir haben die Ressourcen, genau das zu werden. Ich sehe da also keinen anderen Weg als jetzt Augen zu und durch. Durch dieses wirkliche Tal der Tränen. Wenn Sie sehen, wie verelendet die Stadt auch ist, wie jeder dritte Laden geschlossen ist. Aber ich meine, es war auch so, dass auch vorher, es war eine unheimliche Blase. Wir brauchen Investitionen, aber die kommen natürlich auch nicht so von heute auf morgen. Und das ist dann auch wieder, wo also so der griechische Volkscharakter da eine Rolle spielt. Das braucht ein großes Umdenken. Denn der Grieche möchte schnell was sehen. Und das geht alles nicht schnell. Diese ganzen Reformen brauchen alle Zeit. Und Investitionen brauchen auch Zeit. Unsere Agrarfelder sind noch nicht so stark verseucht, wie auch die überdüngten Felder Nordeuropas. Es wäre für Bio-Bauten, für Bio-Agrar-Produkte wäre in Griechenland in der Richtung auch sehr interessant. Und das genau, weil wir nicht die europäische Politik streng verfolgt haben bis jetzt. Und weil die Wendung gekommen ist und alle Leute an Bioprodukten interessiert sind, könnte Griechenland in der Richtung ziemlich viel anbieten. Europa muss, also ein Bundesstaat, wir haben zu lange eigentlich, wir haben das Euro aufgenommen, bevor wir zuerst die Strukturen Europas hatten. Das muss weitergehen. Man müsste es vielleicht irgendwie in einem System so machen, dass es für die ganz oben an der Spitze doch ein bisschen riskant ist. Dass die vielleicht nicht ihre politische Immunität haben. Warum gehen die Politiker in Deutschland, in Österreich, in Griechenland, in Spanien, warum gehen die nicht in den Knast? Die Einzigen, die sich getraut haben, so etwas zu machen, waren die Iren. So ein bisschen probiert. Kritische Griechen wissen genau, wir haben so lange mitgemacht, wir haben die Parteien mit unserer Klientelwirtschaft unterstützt, dass wir es mitgemacht haben. Wir müssen wirklich, wir müssen uns selber ändern, damit wir unsere Politiker ändern, und wenn wir das politische System ändern, dann können wir auch Griechenland ändern. Das ist das, was man sich wünscht, dass alle Menschen sich irgendwo zum Besseren wenden, ein bisschen ihre persönliche Gier zurückstellen und ein bisschen mehr an das Gemeinwohl denken. Aber man kann nur versuchen, bei sich anzufangen. Wie weit das weitergeht, das weiß man nicht. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Doch das Schlusswort überlassen wir Dietmar, der nochmal eine Lanze für seine Wahlheimat und die Menschen hier brechen möchte. Die Griechen verstehen es, trotz einer Krise noch zu leben, sofern es ihnen möglich ist. Sie haben es trotzdem nicht verlernt zu feiern. Sie haben einen extrem großen Lebensmut und immer noch, und ich hoffe auch noch lange, einen starken Optimismus, der sie am Leben erhält. Und alles das, diese Kraft, diese Lebensfreude, die ist es, oder das ist es, was ich schon immer an den Griechen geliebt und geschätzt habe. Also mein Aufruf wäre, Griechenland ist genau wie immer. Es hat sich nicht geändert. Die Griechen sind den Deutschen gegenüber genauso freundlich und nett wie immer. Das Meer ist genauso schön, die Inseln sind genauso schön, die Sonne ist genauso warm wie vorher, das Essen schmeckt genauso gut wie vorher. Kommt nach Griechenland und lasst euch einfach einen schönen Urlaub hier machen. Musik Zahra. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020